Ich würde sagen, es gibt so drei bis vier Kräfte im Markt, die im Moment sehr scheiße ausschauen. Ja, und Frau Lagarde, habe ich gehört, ist doch nicht angereist nach Jackson Hole, weil sie bei der Einreise festgenommen wurde. Was hältst du von einem Bauspar? Ich will nicht zu laut lachen, es könnte mir auch passieren. Warum zwingt dich die Bank, zwei Wochen am Stück in Urlaub zu gehen? Marktgeflüster. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Bitte, ihr habt sicherlich jetzt bereits schon den Zuschauern, die wissen es bereits, aber die, die zuhören, die haben es jetzt vermutlich schon vermutet, dass diese Woche was anders ist. Denn normalerweise mache ich ja nicht die Begrüßungen, ich kann sowas nicht, Smalltalk kann ich überhaupt nicht, finde ich scheiße. Ich würde eigentlich nur gerne über Finanzen reden den ganzen Tag und über nichts anderes. Trotzdem gebe ich mir jetzt Mühe. Hallo Markus, wie geht's dir? Hallo Holger, gut geht's mir. Wir beginnen also gleich mit Smalltalk. Ja, ja, genau, mein Smalltalk, pass auf, du bist berühmt, habe ich gesehen. Ich bin berühmt? Ja, du bist berühmt. Ich habe gestern eine Story auf Instagram gesehen, jetzt muss man dazu sagen, wir nehmen heute, und die Erklärung kommt gleich noch, am 18. August auf und ihr kriegt das Ganze frühestens zu hören am 26. August. Aber dazu gleich die Erklärung, so lieber Markus, ich habe dich gestern in der Story einer sehr, sehr berühmten Influencerin gesehen. Du saßt unter einem Logo, Finanzfluss, was ja passt, du bist ja auch Markus von Finanzfluss, und sie hat gefragt, das war die Diana zur Löwen, wer denn Finanzfluss kennt. Und 65 Prozent der Leute haben gesagt, sie kennen dich als Markus von Finanzfluss. Ja, aber der Pfeil ging zu dem, ja, es fühlt sich, ich weiß noch nicht, wie ich diese Bürde tragen soll, ähm, äh, nein, aber der Pfeil ging ja zu dem Logo, sie meinte schon Finanzfluss, und ich saß da sozusagen als Statist zufällig im Bild. Aber du bist ja Markus von Finanzfluss. Ich muss dir nichts dafür tun. Ich gehöre zu Finanzfluss, ja. Also, den Adelstitel, ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich sag's dir ganz ehrlich, mir schreiben ganz viele Leute immer, wenn sie mich zum ersten Mal anschreiben, es sind echt viele Leute dabei, die sehr nett sind, die geben dann immer erst nettes Feedback mit auf den Weg, und die meisten sagen eigentlich, hey, ich find, ähm, den Podcast mit Markus echt super. Ja, die Nachteile... Gratulation zu diesem tollen Podcast mit Markus. Danke, danke, Holger. Äh, ich gratulier dir zurück. Nein, ich find das schon ganz cool, wenn, wenn, wenn du das mit Thomas machst, weil dann, dann hab ich was zu hören. Das ist immer so meine Wochenendroutine, dass ich dann irgendwann, äh, Marktgeflüster höre, und, äh, ich find hören, ehrlich gesagt, schon schöner als, äh, selber zu sprechen, weil dann, dann lernt man ja nichts Neues. Versteh ich jetzt nicht. Also, ich hör den Podcast jede Woche, weil ich mir einfach gern selber zuhöre, wenn ich über den Mann spreche. Bist du nicht so narzisstisch veranlagt? Jetzt bin ich aber schockiert. Ich hab das die ersten Male tatsächlich auch gemacht, aber irgendwann, äh, irgendwann kann ich's dann nicht mehr. Ja, eher so, um zu wissen, was man ändern muss, ne? Also, man will ja auch wissen, ob das jetzt okay war oder nicht. Dann bin ich jetzt mal ehrlich und ausnahmsweise nicht sarkastisch. Ich hör mir den Podcast natürlich nicht selbst an, weil ich, naja, ernsthaft, ich kann das nicht. Wenn ich selber dem Podcast zuhöre, und es ist wirklich so, jedes einzelne Mal, dann denk ich mir immer danach, was hast du denn jetzt schon wieder für einen Scheiß erzählt? Das musst du doch ganz anders erzählen. Da hast du den Punkt vergessen. Und das musst du doch so eher erklären. Ich kann mir selbst nicht zuhören, weil ich, 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 ich drehe dann immer durch und kann diesen Vollidioten auf dem anderen Ende der Leitung, den kann ich nicht weiter anhören und muss dann immer abschalten. Ist echt so. Ja, es tut mir vollkommen leid, dass du nicht jedes Wochenende im Markt geflüßt. Holger ist der einzige Mensch, der nicht Markt geflüßt hören kann am Wochenende. Das ist schon, das ist echt dramatisch. Das ist schlimm. Das ist tatsächlich, ist es tatsächlich. Bevor du mit was loslegst, weil ich sehe hier schon ganz viele spannende Dinge, wobei das erste, das hast du, das hast du diese Formulierung gewählt. Willst du nicht diese Formulierung starten, dann, dass wir erst mal erklären, warum wir jetzt schon am 18. aufnehmen, obwohl die Leute das am 26. frühestens hören. Genau, also der Podcast ist eine kleine Premiere. Gestern wurde auch schon eine Folge aufgenommen, die ich noch nicht gehört habe. Also es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich den vorherigen Podcast nicht gehört habe. Keine Ahnung, was ihr besprochen habt im letzten Podcast. Und ich hoffe, wir erzählen jetzt nicht alles doppelt oder so, weil ich, weil ich es, wie gesagt, nicht weiß. Heute ist der 18.8. Morgen ist Samstag, der 19.8. Da kommt der Podcast raus, den du mit Thomas gestern aufgenommen hast. Aber nächste Woche sind alle am Freitag im Urlaub. Also sowohl du als auch ich, als auch Thomas. Und übrig bliebe dann halt Jan, dein Vertreter. Und den wollten wir nicht alleine in diesem Podcast lassen. Deswegen haben wir gedacht, dann machen wir das ausnahmsweise, war eine Woche vorher, der weltweit erste Podcast im Futur 2 sozusagen. Denn die Challenge ist natürlich, dass wir trotzdem möglichst aktuell sind. Wir müssen also uns so ein bisschen, wo ist die Kristallkugel? Wir müssen halt irgendwie versuchen, vorauszusagen, was nächste Woche passiert. In der Vergangenheitsform reden. Und ja, hoffentlich stimmt das dann alles, was wir da erzählen. Und dann stellt sich die große Frage, werden wir am Ende Recht gehabt haben? Genau. Ist es Futur 2? Ich weiß es nicht. Oder lass uns einfach... Recht gehabt haben, ja, wahrscheinlich. Recht gehabt haben werden sein. Lass uns einfach den Futur 3 erfinden. Futur 3 ist das Marktgeflüster Futur. Sagt dir Plusquamperfekt was? Ja, das im Rheinland spricht man ja ausschließlich im Plusquamperfekt. Ist es so, ist es so? Ja, ich war gewesen und so weiter. Sehr gut. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen testen, wie deine Schulbildung damals war. Weil du bist ja auch in keinem richtigen... Ich hatte tatsächlich mal Deutsch Nachhilfe. Echt? Ich habe genau die Dinge... Ich war richtig schlecht in Grammatik. Richtig schlecht. Und dann hatte ich Nachhilfe und dann war ich danach richtig gut. Und ja, mittlerweile ist das alles ein bisschen eingerostet. Also ich kriege das nicht mehr alles zusammen. Aber du wusstest zumindest, was Plusquamperfekt ist. Wobei, wie du sagst, du hast den unfairen Vorteil des Rheinländers. Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Stockfree. Stockfree ist ein Münchner Finanzportal, welches unter anderem ein Web- und App-basiertes Finanzterminal zur Verfügung stellt. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bloomberg, nur so, dass sich das auch arme Finanzprofessoren leisten können. Ich selbst nutze das Terminal sowohl in der Web- als auch in der Smartphone-Variante tatsächlich seit mehr als sechs Jahren. Tracke da mein Portfolio, verfolge das aktuelle Marktgeschehen und kann quasi auf täglicher Basis dann sehen, direkt am Handy, wie ich Geld verliere. Das Ganze gibt es in einer kostenlosen Variante, die sich auch gut zum Testen eignet. Ich nutze aber seit langem jetzt schon eine der kostenpflichtigen Versionen und zahle für Stockfree-Tech 11,99 Euro im Monat. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei und nutzt auch gerne den Link in den Show Notes. Und außerdem gibt es als kleines Bonbon für die Marktgeflüsterhörer einen Bonus. Und zwar bekommt ihr einen Monat lang das Plus- oder das Tech-Abo komplett kostenlos mit dem Gutscheincode SERVUS. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo. Ihr müsst am Ende des Monats also nicht kündigen, sondern das läuft einfach automatisch aus. Und danach könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ein Abo abschließen wollt oder nicht. Werbung Ende. So, wir brauchen noch ein bisschen Smalltalk, bevor es dann losgeht. Hast du noch Smalltalk? Genau, apropos Futur 2. Mir kam dann, als ich mir überlegt hatte, wir müssen irgendwie versuchen, diesen Podcast möglichst aktuell zu machen. Gestaltet zu haben. Wir müssen den möglichst aktuell gestaltet haben, genau. Werden ihn möglichst aktuell gestaltet haben müssen oder keine Ahnung. Ja, sorry, Leute. Nein, mir kam ein Wunsch an euch beide. Also mir kam in dem Zusammenhang die Idee, dass ihr im Januar einen Podcast aufnehmt, den ihr aber nicht im Januar ausstrahlt, sondern im Dezember. Das heißt, ihr macht zum Jahresanfang 2024 bereits den Jahresrückblick 2024. Man muss irgendwie es schaffen, daran zu denken, dass die Folge dann im Dezember auch gepublished werden muss. Und genau, könnt das voll mit Jahrespredictions machen, aber gestaltet die so, als wäre das eine aktuelle Folge. Und dann bin ich mal gespannt, was so alles stimmt und was nicht. Und auf YouTube machen wir parallel ein Reaction-Video auf unsere eigene Folge, die wir dann auch erst nach einem Jahr wieder hören dürfen. Das ist richtig gut, ja. Und dann macht ihr euch richtig schön darüber lustig, was für einen Unfug ihr verzapft habt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das erst im Januar machen können, bis Januar ist noch ein halbes Jahr hin, minus eine Woche, wenn ihr das jetzt hört. Und dann ist es noch mal ein Jahr hin, bis das Ganze, weil wer weiß, ob es den Podcast dann überhaupt noch gibt. Ja, ich hatte gedacht, gut, man könnte das natürlich auch an einem anderen Termin machen, aber irgendwie so Jahresanfang und Jahresende passt ja eigentlich ganz gut. Ihr ladet das einfach schon hoch im Januar und timet das auf den Dezember. Und dann gibt es zwei, na drei mögliche Szenarien. Erstes Szenario, ihr habt dran gedacht und habt nicht extra eine Folge noch produziert für den Termin. Zweites Szenario, ihr habt es komplett vergessen und aus irgendeinem Grund werden dann zwei Folgen gepublished. Und dann merkt ihr wieder, ach, da war doch noch was. Und Szenario drei, den Podcast gibt es nicht mehr, er ist gestorben. Und dann kommt irgendwann im Dezember völlig unverhofft nochmal so eine Folge aus dem Off. Ja, das finde ich eigentlich, ich finde es eine gute Idee. Da Thomas ja hoffentlich den Podcast hört, können wir ihn direkt fragen, ob er diese Idee auch gut findet. Genau, und dann nächste Folge muss er dann mit Jan sich ein Konzept überlegen. Und dann dürft ihr das wieder, es muss ja immer einer weg sein und dann werden Fakten geschaffen. Und dann muss der Nächste wieder, so funktioniert das ja, ne? Man kennt es. Und Sachen werden natürlich versprochen, die dann auch nie eingehalten werden. Das wäre natürlich noch besser. Wir kündigen an, dass wir die Folge hochladen, dann laden wir es ja nie hoch. Das wäre das vierte Szenario, dass die Leute, die da bis Dezember immer noch da sind, jede Woche warten, wann kommt diese Folge. Sie kommt einfach nicht. Und die einzigen Hörer, für die das normalste der Welt ist, dass da keine Folge kommt, seid ihr beiden. Genau, das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Wobei ich glaube schon, dass unser Publikum sehr gut erzogen ist diesbezüglich und eigentlich weiß, dass man von uns nichts erwarten kann. Ja, das stimmt. Die Wochenhighlights. Aber dann hieß es eine wunderschöne Überleitung zum Thema, kann man was erwarten? Nämlich jetzt, das vielleicht gleich noch jetzt, vor einem Jahr, ungefähr vor einem Jahr, hat etwas auf Instagram die Runde gemacht. Und zwar, die Runde hat man das gemacht, das sich nennt Zukunftsfinanzierungsgesetz. Der Finanzminister und der Justizminister haben damals so ein PDF hochgeladen und gesagt, hier, das wird man gern machen. Das ist angeblich auch schon in der Koalition abgesprochen. Zumindest hieß es das. Gab aber keinerlei Kommentare von irgendwelchen Koalitionspartnern dazu. Dann hat man gar nichts mehr dazu gehört. So, dass ich eigentlich, wollte wirklich vor ein paar Wochen, einen Beitrag machen und sagen, Lindner, wo Zukunftsfinanzierungsgesetz? Und jetzt hier schlagartig, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber schlagartig wurde das wohl jetzt im Bundeskabinett beschlossen und verabschiedet. Und jetzt stellen sich natürlich zwei Fragen. Erstens, drei, ist die Zukunft Deutschlands finanziert? Zweitens, was steht da eigentlich drin und betrifft es irgendjemanden von uns? Und die dritte, und das war die Überleitung, was hatten der Herr Lindner uns damals versprochen, dass da reinkommt? Und was steht jetzt tatsächlich drin? Was hältst du vom Zukunftsfinanzierungsgesetz, Markus? Du bist ja Politiker, ist die Zukunft finanziert jetzt? Ich finde, es ist immer gut, wenn Zukunft finanziert wird. Nein, du sagtest, wo Zukunftsfinanzierungsgesetz und hast mir da so einen Link reingepostet und hast gesagt, es wurde im Kabinett beschlossen. Genau. Aber meine Frage ist immer noch, wo Zukunftsfinanzierungsgesetz, weil auf der Seite vom Finanzministerium gibt es nur Eckpunkte. Eigentlich müsste es ja irgendwo einen Referentenentwurf geben, so nennen sich die Dinger, bevor sie ins Kabinett gehen. Weißt du, ich habe dir den falschen Link geschickt. Meinst du, du hast den falschen Link geschickt? Es ist nicht zu verwechseln mit dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuereinfachung, Vereinfachung und Steuerfairness, oder? Weil das ist das Gesetz, das gerade und holt, medienwirksam und holt ist. Das war das, was die Frau Paus irgendwie gekillt hat, oder? Nee, das ist es nicht. Warte, ich schicke dir den, ich habe dir tatsächlich den falschen Link geschickt. Ja, und ich hatte übrigens gerade deswegen den ganzen Namen vorgelesen, weil ich gerade noch von Jule instruiert wurde. Die sagte, das ist Framing, dass die diese Gesetze immer so nett, denen so nette Namen geben. Und deswegen habe ich den echten Namen vorgelesen, weil wir wollen ja hier ganz neutral sein. Da gibt es eine ganz witzige Geschichte über den, ich weiß nicht, ob jemand noch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump kennt. Der hatte relativ große Steuerreformen gemacht. Wahrscheinlich so, wenn man jetzt sagt, so das wirtschaftspolitische Großprojekt seiner Amtszeit, dann ist es wahrscheinlich diese Steuerreform. Jetzt kann man natürlich sagen, ist es seine wirklich gewesen, oder war das eigentlich seit Jahren der Plan von den Republikanern? Gary Cohn von Goldman hat da mitgemacht. Also das war ein Riesending und dann war auch die Frage, wie nennt man das? Und dann hat Trump wohl tatsächlich vorgeschlagen, er würde das gerne den Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Act nennen. Zum Thema Steuersenkung. Also ich glaube, viermal sollte das Wort Cut drinstehen, aber das haben sie dann nicht gemacht. Ja, gut, ich habe den Referentenentwurf tatsächlich gefunden. Der wurde also verabschiedet, aber den kriege ich jetzt so schnell nicht gelesen. Also das liest sich auch immer so ein bisschen schwierig. Aber ich hatte mal in diese Eckpunkte geguckt und ich hatte den Eindruck, dass da relativ viel Blabla drin stand. Oh, okay. Also man kann bei einem Broker, den Broker auf dem Handy hat und dann künftig auf dem Handy Aktien kaufen können soll. Oder das ist wahrscheinlich mit der Zukunft gemeint. Nee, das soll ja verboten werden. Der Scalable Capital wird ja verboten. Stimmt, das wollen die sogar verbieten. Das wird die EU verbieten. Das ist verboten. Ja, nee, was sie damit meinen, ist irgendwas Blockchain-basiertes und dann habe ich in dem Moment ehrlich gesagt abgeschaltet, weil immer wenn man versucht, alles Mögliche in Blockchain zu gießen und damit PR zu machen, ist es manchmal so ein bisschen peinlich. Ja, ich würde ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit Blockchain nicht auskenne. Wobei ich gleichzeitig, glaube ich, schon relativ nachvollziehbar erklären kann, wie grundsätzlich das Prinzip von der Blockchain ist, was die Hash-Funktion macht etc. Trotzdem würde ich sagen, ich kenne mich nicht aus. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Leute, die einfach das Wort Blockchain erwähnen, noch viel weniger wissen als ich zu dem Thema. Ja, oder sie wissen viel mehr und können sich deswegen viel mehr darunter vorstellen, was Digitalisierung des Aktienhandels heißt. Oder würde man doch mal vermuten, dass in einem Bundesfinanzministerium die Leute, die da Gesetze schreiben, viel, viel besser über die Blockchain Bescheid wissen, als unser eins das tut, oder? Ich würde es zumindest hoffen. Ob das der Fall am Ende ist, ist wieder eine andere Geschichte. Also zurück zum Blabla. Ja, nee, was ich ganz gut finde, ist ein Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne. Das heißt, also was ich mir darunter vorstelle, wie gesagt, ich habe wirklich nur grob über die Eckpunkte gelesen. Das würde bedeuten, man könnte sagen, Betrag X ist so das, was man zur Altersvorsorge braucht. Irgendwie ein sechsstelliger Betrag. Und alles, was darunter ist, muss nicht versteuert werden. Also Gewinne, die aus einem Vermögen, das diese höher hat, müsste nicht versteuert werden. Ich bin ja immer für die Tesaurierung vom Sparerpauschbetrag. Und man könnte den so ein bisschen anheben. Das heißt, je länger ich Buy and Hold mache, desto höher ist mein Freibetrag. Dass ich mir den einfach zusammensparen kann. Ja, dass du den behalten kannst, sozusagen, oder? Dass er nicht am Ende des Jahres verfällt, ja. Aber da ist bisher kein Politiker draufgekommen. Vielleicht ist es auch Schwachsinn. Ja, das wird ja ein bisschen aufgehoben durch die Vorpauschale jetzt, oder? Weil du dadurch eine Vorpauschale zahlen musst, die du mit dem Freistell... Ja, dadurch wird ja noch mehr verbraucht, Freistellungs... Sparerpauschbetrag. Sparerpauschbetrag. Damit wird er ja in Teilen verbraucht. Also früher war es ja wirklich so, mit dem Tesaurierer hast du den jedes Jahr verloren, wenn du nichts anderes gehabt hast. Aber jetzt kannst du ja in Teilen zumindest den anfangen, so ein bisschen zu verbrauchen. Aber wo hast du das... Ich meine, du hast ja diesen Referenten. Was hast du genau angeguckt? Hast du den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssicheren Investitionen? Das Ding hast du angeschaut. Wie viele Seiten hat es? Die 100... Nee, doch. 189 Seiten. Ich habe hier 143. Ihr seht, wir sind top vorbereitet. Haust du mal schnell den Link in das Pfeil rein? Nee, es ist ein wichtiger Punkt. Aber du könntest ja mal zusammenfassen, was ab Artikel 1 da drin steht auf Seite 6. Was bitte? Achso. Hau mal den Link in unser tolles Sheet rein. Ich will das jetzt aufhören. Ja, ich hau mal den Link rein. Es gibt einen Grund. Also alle, die jetzt zuhören, es gibt einen Grund, warum ich da jetzt so drauf rumhacke. Und warum ich das jetzt extra nochmal verifizieren möchte, was der liebe Markus hier uns erzählt. So, genau. Jetzt habe ich das Ding. Das ist der Referentenentwurf, nicht der Regierungsentwurf. Ich weiß nicht, ob es da nochmal signifikante Unterschiede gibt. Ja, anscheinend 50 Seiten, aber der andere hat 50 Seiten mehr. Was steht da drin zu dem Freibetrag, von dem du gerade... Du hast gerade gesprochen von dem Freibetrag für ein Privatvermögen erzielte Gewinne. Wo steht dazu was in diesem Referentenentwurf? Ja, das wird man da nicht finden können, weil da dann einfach drin steht Paragraf so und so in Gesetz so und so. Da wird dieses Wort durch jenes ausgetauscht. Man muss dann immer in die Eckpunkte gucken. Und jetzt schaue ich gerade hier... Weil das ist ja für alle von uns relevant, der Freibetrag. Vielleicht haben die das gekippt. Ja, ich glaube, die haben das gekippt. Auf der Website vom Bundesfinanzministerium steht das nämlich, wenn man nach diesem Gesetz googelt. Auf der Seite vom Bundesjustizministerium, allerdings auch FDP, steht das nicht. Also es ist wohl nicht durchs Kabinett gegangen. Was ist das Datum von der Website vom Bundesfinanzministerium? Bestimmt alt. Das muss ein Jahr alt sein. Nee, es ist Juli 23. Das Justizministerium hat August 23. Und im Juli 23 stand es noch drin? Das ist der Link, den du mir als erstes da reingepostet hattest. Den du jetzt ersetzt hast durch einen anderen. So, jetzt kommt der Punkt, warum wir diese ganze Übung hier gemacht haben, liebe Menschen, die zuhören. Du wolltest mich testen. Ich wollte den Markus testen und ich wollte mich gleichzeitig ein bisschen aufregen. Nämlich in diesem Gesetz, es gab eben vor einem Jahr so einen Vorentwurf zu diesem Thema und da stand relativ viel tolle Sachen drin. Unter anderem eben auch der Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne, ohne irgendwelche Details zu nennen. Und das wurde auf Instagram sehr gefeiert und sagen, jetzt kommt hier endlich was vom Herrn Lindner für uns. Wir haben ihn ja extra gewählt dafür, dass wir weniger Steuern zahlen und jetzt wollen wir auch weniger Steuern zahlen. Klammer auf, bitte nicht immer alles ernst nehmen, was ich sage, Klammer zu. Aber im Referentenentwurf habe ich nirgendwo irgendwas nochmal zu diesem Thema Freibetrag gekommen. Da finde ich nichts. Das scheint mir... Müssen wir eigentlich mal die Werbetrommel für rühren, ne? Ja. Für dieses tolle Gesetz. Ihr dürft mich auch gern kritisieren, wenn ihr sagt, ihr habt das irgendwo gefunden. Ich habe es nirgendwo gefunden. Was ich stattdessen gefunden habe und deswegen kann ich mich jetzt auch noch über zwei Sachen freuen. Erstens, deutsche Beamte sind toll. Ich bin ja auch deutscher Beamter. Steht das da drin? Wo steht das? Pass auf, implizit steht es drin. Was nämlich kommt, kommen soll, sind Dinge, die wir uns alle gewünscht haben. Wir haben uns alle diesen Freibetrag für Gewinne, den wollte eh kein Mensch haben. Stattdessen haben wir uns gesagt, was sind denn die besten, was die beste Finanzinnovation der letzten Jahre neben Zero-Day-to-Expire-Optionen? Das sind natürlich die S-Packs, oder Markus? Die S-Packs. Ja, die Mindestmarktkapitalisierung für Börsengänge, meinst du? Genau. Ja. Die S-Packs, die sind ganz toll, weil es sind nur gute Firmen wie zum Beispiel Nikola oder Lilium mit einem S-Pack an die Börse gegangen. Und es wird Zeit, dass es endlich auch S-Packs in Deutschland gibt. Die gab es zwar schon über Reverse Mergers, also zum Beispiel die deutsche Traditionsfirma Wirecard ist so an die Börse gegangen. Aber jetzt endlich gibt es ein sauberes Gesetz. Es gibt auch S-Packs in Deutschland und weil Special Purpose Acquisition Company, sich so blöd anhört, nennen wir das natürlich Börsenmantel-Aktiengesellschaften. BM AG. Das klingt wie Bundesministerium für Aktiengesellschaften. Ja, oder Bundesministerium AG. Es gibt ja durchaus die These, dass das Ministerium eigentlich eine AG ist. Eine Abteilung der Deutschland AG. GmbH, stimmt GmbH. GmbH, stimmt, ist eine GmbH. Haftungsreduziert. Das YouTube-Video wird wahrscheinlich wieder gelöscht. Wie beim letzten Mal. Also genau, jetzt gibt es endlich die Börsenmantel-Aktiengesellschaften, also S-Packs. Und was ich auch ganz toll fand, zum Beispiel in den USA ist es ja so, du hast sogenannte Dual-Class-Shares. Also zum Beispiel der Herr Zuckerberg hat nicht ansatzweise genug Facebook-Aktien, aber die Meta-Aktien, die er hat, die haben ein größeres Stimmrecht. Also zwei Klassen. Genau, Dual-Class. Oder streich den Metatypen. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie das genau strukturiert ist. Nehmen wir lieber Alphabet. Aber Alphabet ist es ziemlich klar, da könnt ihr nämlich beide sogar kaufen. Da habt ihr mehrere, zumindest zwei könnt ihr kaufen. Ihr könnt die A und C kaufen. Ich glaube, es gibt sogar noch B. Aber bevor jetzt wieder jemand kommt und sagt, dieser Graf, der hat überhaupt keine Ahnung. Der Punkt ist, es gibt es auf jeden Fall in den USA. Du kannst dir spezielle Aktien bauen mit größerem Stimmrecht, sodass du als Gründer immer noch die Kontrolle über das Unternehmen behältst und die Kapitalgeber eigentlich gar nicht mitreden können. Und das gab es halt in Deutschland nicht. Und das war sehr traurig, dass quasi Leute, die Kapital geben an Firmen, dass die dann auch mitreden wollen oder so einen Scheiß. Aber dafür gibt es auch Vorzugsaktien. Ja, das ist richtig. Porsche macht es ja zum Beispiel auch. Aber ich glaube, die kannst du nicht... Bei Vorzugsaktien hast du ja gar kein Stimmrecht. Das finden die Leute dann vielleicht auch uncool. Aber mehr Dividende. Ja, manchmal zumindest. Das finden die Leute vielleicht wieder cool. Aber diesen Trick mit dem Dual Class, das gab es halt, wie gesagt, bisher nicht. Es war in Deutschland nicht erlaubt und das ist jetzt endlich auch erlaubt. Und das ist was, was jeder Private im Vermögensaufbau eigentlich immer schon gewünscht hat. Und was mein persönlicher, ganz wichtigster Punkt ist, was mich erst immer schon gestört hat, dass wenn du Verwaltung von Wagniskapitalfonds gemacht hast, also Venture Capital, Management im Prinzip und Verwaltung, dann ist es unter die Umsatzsteuer gefallen. Dann musst du da Umsatzsteuer zahlen. Das war echt blöd. Und das ist jetzt auch gelöst. Also die FDP erfüllt hier ihr großes Mantra der Steuersenkung. Nämlich es gibt jetzt die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Wagniskapitalfonds, wird sogar ausgeweitet, um die Wettbewerbsbedingungen in Europa anzugleichen. Also es war wohl irgendwie ein Teil, der anscheinend noch Umsatzsteuerbefreiheit war oder was auch immer. Und das wird jetzt ausgeweitet. Ja. Das heißt letztlich, der leichtere Kapitalmarktzugang für Kleininvestoren, das stand da irgendwo mal drin, für Privatinvestoren, wurde ersetzt durch das Kapitel, das ganz am Anfang ist, leichterer Kapitalmarktzugang für Start-up und Wachstumsunternehmen. Ja. Also jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel Unsinn geredet. Und das Ganze auch satirisch. Bestimmt. Und da satirisch auch aufgezogen. Also die Idee, glaube ich, dahinter ist einfach, wie es auch die Überschrift von dem Gesetz sagt, man möchte irgendwo ein freundlicheres Finanzierungsumfeld aus der Sicht von Start-up-Unternehmen schaffen. Und das Ganze wird im Bereich Infrastruktur und private Märkte, glaube ich, ab Januar 2024 auch nochmal geschehen, über das LTIV-2-Framework, wo du dann eben private Fonds, also klassisches Private Equity-artiges Zeug, Infrastrukturinvestments etc., solche Strukturen auch für Privatanleger leichter öffnen kannst. Weil man eben da auch mehr Kapital reinlegen möchte. Das ist so die generelle Idee dahinter. Ich finde es halt irgendwie blöd, wenn sich jeder jetzt gefreut hat, dass der private Vermögensaufbau steuerlich bevorteiligt wird. Und stattdessen wird die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgeweitet. Was ich mal richtig gut fände, das haben sie, glaube ich, auch versucht, aber nicht geschafft, ist das Thema Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung. Da ist noch was drin. Ja, aber da bleibt am Ende nur übrig, dass der Freibetrag erhöht wird, glaube ich. Ja. Aber das ändert ja nicht das Problem, dass es trotzdem immer noch sehr schwierig ist, Mitarbeiter am Kapital zu beteiligen, wenn du nicht gerade eine Aktiengesellschaft bist und nicht ständig zum Notar laufen möchtest mit allen zusammen. Aber dafür gibt es ja VSOPs, oder? Mit VSOPs kannst du das Problem ja umgehen. Aber das sind ja dann keine, also ich finde das gut, aber das sind ja am Ende keine echten Beteiligungen. Das ist einfach ein relativ komplexes schuldrechtliches Verhältnis. Magst du VSOPs kurz erklären für die Leute, die das nie gehört haben? Ja, VSOPs sind virtuelle Beteiligungen. Also man spielt sozusagen Beteiligung. Man hat einfach einen Vertrag, in dem sehr genau relativ komplex geschildert wird, unter welchen Bedingungen du was bekommst sozusagen und welche Ansprüche hast. Und das wird dann eben, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr korrekt ausgedrückt von mir, es wird dann eben so gemacht, dieses ganze Modell, als hättest du eine Beteiligung. Das heißt, der Anspruch, also das, was du ausbezahlt werden kannst, hängt davon ab, wie viel dein Unternehmen bewertet ist. Da kann man zum Beispiel ein Multiple nehmen und dann den Gewinn nehmen und so weiter für eine Bewertung. Es gibt Bedingungen, was passiert, wenn es einen Exit gibt, wie viel du dann bekommst, etc., etc. Long story short, man hat natürlich... Ja? Eine Ergänzung hätte ich noch gemacht. Also VSOPs steht halt für Virtual Stock Options. Options sind Optionen. Genau, also du hast halt so eine Art Call-Option auf eine nicht existierende Aktie, die du auch nicht bekommst. Aber ich stelle das so wie ein Cash-gesettelten Call eigentlich vor. Also du kriegst, wenn... Ich weiß nicht, ob du... Ich unterstelle mal, aber du hast jetzt Finanzfluss VSOPs. Finanzfluss macht endlich den Börsengang, der ja für nächstes Jahr geplant... Entschuldigung. Macht irgendwann mal einen Börsengang und dann kann man quasi anhand dessen dann ausrechnen, was du für einen Pay-Off bekommst. Aber du kriegst quasi keine Shares, sondern du kriegst einfach nur eine Beteiligung quasi. Dann ist es, glaube ich, relativ simplifiziert lösbar über so einen... Wahrscheinlich ist das einfach ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dir und dem Unternehmen. Genau. Und ich als Mitarbeiter habe natürlich nicht die Möglichkeit, diesen Vertrag komplett zu verstehen. Also das heißt, es gab ja auch immer wieder mal in der Vergangenheit Fälle, wo die Mitarbeiter das alle brav unterschrieben haben und sich darauf gefreut haben. Und dann wurde dein Unternehmen irgendwie von der Schufa gekauft. Und... Kennst du die Story? Nee, kenne ich nicht. Bonify wurde von der Schufa gekauft. Ja, es muss Bonify sein, dachte ich mir jetzt auch gerade. Und die Mitarbeiter sind eben alle leer ausgegangen. Echt? Krass. Und ich kann jetzt nicht genau erklären, warum. Und es gab, glaube ich, noch als kleine Wiedergutmachung ein Grillfest. Und das ist natürlich dann maximal ärgerlich. Kann, glaube ich, auch passieren, wenn du echte Anteile hast. Auch da kommt man, glaube ich, irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen elegant so raus, dass du die Anteile nicht an irgendwelche anderen verkaufen musst. Weiß ich aber gerade nicht so genau. Oder die, die den wieder abkaufen musst. Ja, was ich aber mal richtig gut fände, wäre eine Unternehmensform, in der man die Anteile so leicht übertragen kann wie bei einer Aktiengesellschaft. Aber die dann halt doch, also du willst ja nicht zwingend, wenn du ein kleines Unternehmen hast, direkt eine Aktiengesellschaft haben. Warum nicht? Du kannst ja die kleine AG gründen. Die ist ja regulatorisch leichter aufzustellen. Ah, okay. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dann bekommst du aber das nächste Problem. Wenn du dann diese Aktien bekommst, dann sind die natürlich was wert und dann musst du das versteuern. Und das ist der Grund mit diesem Freibetrag. Und da finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht irgendwie so eine Art spezielles Depot haben könnte, so wie ich mir das ja für die Vermögensbildung auch wünsche, für die Altersvorsorge auch wünsche. Da kommt das Ganze rein. Du darfst es nicht anfassen. Und wenn du am Ende alles verkaufst, dann kann es von mir aus mit Einkommenssteuer und was auch immer besteuert werden, solange es nicht früher besteuert wird. Und da können wir gleich drüber sprechen. Wir haben ja auch für heute noch das Thema der steuergeförderten ETF-Sparparenz. Stimmt. Das ist, glaube ich, hört sich besser an, als es am Ende ist. Eine Ergänzung wollte ich vielleicht noch machen zu diesem, ich muss mich kurz überlegen, was wollte ich jetzt, irgendwas wollte ich schimpfen. Jetzt hast du mich durch deine beruhigende Art aus dem Konzept gebracht. Die man hatte letztens kommentiert, ASMR, Markus. Ja, ist ja auch wirklich so. Genau, wir sollten ASMR-Videos gründen. Jetzt geht es nach Jackson Hole. Nee, Jackson Hole kommt gleich. So, mir fällt es jetzt tatsächlich nicht mehr ein. Ach, genau, jetzt weiß ich wieder. Also, ja, ich weiß, wie das ist mit diesen VSOP-Verträgen. Ich habe ja tatsächlich auch ein paar VSOPs. Ah. Nicht von Finanzfluss, um das auch gleichzeitig zu sagen. Von Goldman Sachs. Genau, von Goldman Sachs. Nee, nee, von ein paar Startups, denen ich ein paar Sachen immer helfe. Aber das sind auch mal, ich habe das am meisten unterschrieben, so irgendein Vertrag, keine Ahnung, habe ich unterschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da wirklich zugekommt, ist ja jetzt nicht mega hoch bei Startups. Das kann ja immer, die meisten gehen ja schief. Wenn es dann zum Zuge kommt, naja, raus halt einen Anwalt. Nicht Spaß. Aber die Leute haben was nicht gelesen und merken dann erschreckend, weil du jetzt das bei den Bonify-Mitarbeitern angesprochen hast. Da muss man natürlich sagen, das passiert nicht nur den Anfang, den kleinen Mitarbeitern, sondern es gibt ja auch Großinvestoren, die sich AT1-Anleihen von Credit Suisse kaufen, ohne einmal gelesen zu haben, dass, what's this viability event they talk about? Ja. Also auch dort geschehen Sachen, wo du Produkte kaufst, und du denkst eigentlich, dass du verstanden hast, was eine AT1-Anleihe ist. Und dann kommt aber jemand und sagt, nee, nee, die Schweizer AT1-Anleihen, die haben so ganz spezielle Regeln noch drin stehen. Und deswegen hast du jetzt mit 100% Verlust dabei. Danke, ciao. Ja, aber was an AT1-Anleihen besser ist als an Visob ist, wenn da AT1 draufsteht, dann weißt du genau, was für Bedingungen, also vielleicht... Ja, außer halt in der Schweiz. Ja, außer halt in der Schweiz. Dann weißt du, dass du nachrangige Anleihen hast, die relativ riskant sind. Und das hängt beim Visob natürlich sehr genau von dem Vertrag ab. Das ist richtig, aber bei der AT1 denkst du halt, dass du halt zumindest nach den Eigenkapitalgebern drankommst. Das heißt, erst wird das Eigenkapital ausradiert, und dann bist du dran. Oder du wirst halt in Eigenkapital konvertiert. Aber dass die einfach sagen, also Eigenkapitalgeber, die kriegen jetzt UBS-Aktien, und ihr AT1-Anleihe, Alter, ihr kriegt null. Also null gar nichts. Ihr seid weg. Das war halt, glaube ich, den Leuten nicht... Zumindest einigen Leuten nicht bewusst, die das gekauft haben, weil das am Montag dann direkt für breiten Sell-off in AT1-Anleihen gesorgt hat, die eigentlich diese Events gar nicht drinstehen hatten. Aber gut, jetzt nerden wir wieder zu viel rum. Wie laufen denn eigentlich die Klagen? Da haben sich doch einige die AT1-Anleihen dann abgekauft. Ja, ich habe dazu bisher wenig gehört. Es gab ein paar Versuche, ohne da jetzt mega tief drin zu sein, ein paar Versuche, das vor Gericht zu ziehen. Das ist, glaube ich, bisher alles gescheitert. Ich glaube aber, es hat noch niemand speziell auf diese AT1-Viability-Event-Geschichte, zumindest gäbe es da meines Wissens keine Klage, die entschieden worden ist. Das kann aber auch sein, dass sich sowas noch länger zieht. Vielleicht gibt es da auch schon irgendwas, von dem man nichts mitbekommen hat. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr dabei, glaube ich. Glaubst du? Ja, ich habe ja auch. Wenn du weißt, was in deinen Fonds alles drin ist. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch gerade im Credit-Bereich ein paar Hedgefonds in Anführungszeichen in der Beteiligung, wo ich nicht weiß, was die machen. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ich bin da nicht mit dabei. Ausblick. Was soll mal als Nächstes sprechen, Markus? Wir haben ja dieses Problem, wir müssen, wir müssen vorkasten. Jetzt ist die Hälfte des Podcasts rum. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal kurz auf unseren Markt aus Rückblick, oder? Ja, letzte Woche war ja Jackson Hole, oder? Genau, also für alle, die jetzt noch mal zuhören, das noch mal zu unterstreichen, damit ihr das versteht. Wir nehmen am 18. August auf. Ihr kriegt das aber am 26. zu hören. Und die Rede, wir tun jetzt so, als blicken wir auf den Markt zurück und sagen, was passiert ist. Und ihr dürft dann entscheiden in den Kommentaren. Wann findet das Treffen statt? Also das Treffen findet über mehrere Tage statt, aber am 25. August, das ist da ... Also gestern. Genau. Gestern war. Gestern gewesen. Genau. Gestern, am 25. August gestern, war die lang erwartete Rede von Jay Poff und Jerome Powell in Jackson Hole. Falls niemand weiß, wo das ist, das ist irgendwie so ein ... Das ist ... Ja, was ist das eigentlich? Jackson ist, glaube ich, eine Stadt in Wyoming. Der Olymp, der Fett ... Ja, das auf jeden Fall. ... und anderer Zentralbanker. Ist Jackson Hole die Gegend wahrscheinlich? Aber es steht auf jeden Fall immer kurz für eine Konferenz, die eben in Wyoming unter dem Dach der Kansas Fett stattfindet und wo sich ganz viele berühmte Notenbänker treffen. Und dieses Jahr ist sie da. Frau Lagarde hat sich bereit erklärt, auch zu dieser langweiligen Notenbankkonferenz zu gehen. Letztes Jahr war sie ja nicht da. Da hat sie sich von Frau Schnabel vertreten lassen und stattdessen eine Home-Story irgendwie in so einem Magazin wie der Gala gemacht, was für mehrere Stirnrunzeln bei Zentralbankern gesorgt hat. Ja, also Frau Lagarde ist tatsächlich angereist, hat gestern eine Rede gehalten und hat was in dieser Rede gesagt? Also wollen wir erst mal den Herrn Paul machen? Ja. Bei Herrn Paul stand ja die große Frage, eigentlich dachte jeder, die Zinserhöhungen sind vorbei. Das denken wir auch jetzt noch. Aber wir haben über die letzten Wochen einen Anstieg in den längerfristigen Zinsen gehabt. Das sind Staatsanleihe-Yields. Insbesondere, wenn man sich die 10-jährigen Renditen zum Beispiel anguckt. Das liegt auf der einen Seite darum, weil der Staat sich da deutlich mehr verschuldet jetzt, als man gedacht hatte. Und auf der anderen Seite, weil wahrscheinlich auch die Markterwartung tatsächlich steigt higher for longer. Also, dass es eben zu keinen Zinssenkungen in nächster Zeit kommt. Auch wenn Goldman zum Beispiel sagt, im ersten Halbjahr 2024 geht es los. So, und jetzt, was hat Herr Paul gesagt? Ich glaube, du bist gerade kurz weg. Nee, nee, ich habe gewartet, bis jetzt von dir was kommt. Achso, der Spannungsbogen steigt und steigt und steigt. Was hat Herr Paul gesagt? Herr Paul hat gesagt, er erwartet, dass die Inflation 2024 immer noch bei wie viel liegt? Ich glaube, er hat keine Zahl genannt. Meinst du, er hat keine Zahl genannt? Nee, aber er hat gesagt, Inflation, es wird lange brauchen, bis die runterkommt. Und Zinssenkungen in den nächsten Monaten hat er eine Absage erteilt. Ja, aber er hat sich nicht über Zinserhöhungen geäußert, richtig? Genau, er hat gesagt, wahrscheinlich dasselbe, was in den Fat Minutes drinsteht, dass es theoretisch möglich sein kann, dass additional tightening necessary wird, aber das ist data dependent und Punkt. Also, irgendwas hat er gesagt, dass eine Zinserhöhung im September vom Tisch ist. Ja, und wie hat der Markt reagiert? Ich weiß ja nicht mal, was der Markt heute macht. Jetzt muss ich natürlich, was der Markt in der Woche macht. Ich sage, der Markt ist eher nach unten gegangen. Der Markt ist nicht krass nach unten gegangen, aber driftet so langsam nach unten. Okay, ja, dann können wir uns jetzt schon mal positionieren. Wenn die Leute das hören, merken sie, wie wir Geld verloren haben. Ja, und Frau Lagarde habe ich gehört, ist doch nicht angereist nach Jackson Hall, weil sie bei der Einreise festgenommen wurde. Ja, warum wurde sie festgenommen? Das weiß ich nicht. Dazu wurde sich nicht geäußert. Sie wurde nur vor Kameras mit Handschellen abgeführt. Dann lassen wir das genauso stehen. Und vielleicht passiert es ja auch so. Vielleicht ist es ja auch so wirklich passiert. Es soll ja vorkommen. Zumindest im IWF passiert es durchaus, dass du am Flughafen verhaftet wirst. Dass ehemalige französische Finanzminister verhaftet werden. War er auch Finanzminister? Spontan. War er auch Finanzminister? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Das war jetzt nur so eine spontane Aussage. Nein, da hast du recht. Er war auch Finanzminister. Okay. Er war auch Finanzminister. Da bin ich ja beruhigt. Also für die Leute, die das nicht wissen, wir sprechen hier über den Vorgänger von Frau Lagarde im Amt des IWF-Chefs, den Dominik Strauss-Kahn, der damals am Flughafen in New York verhaftet worden ist und daraufhin dann auch sein Amt verloren hat. Ich glaube, zwar in dieser speziellen Sache wurde er dann freigesprochen, wenn ich mich nicht täusche, aber dann gab es Folgeanschuldigungen. Ich weiß gar nicht, wo er um ihn steht, aber wo er rumspringt, ob er im Knast sitzt oder sonst was. Aber Frau Lagarde wissen wir ja auch, auch rechtskräftig verurteilt, aber ohne Strafe wegen ihrer herausragenden Persönlichkeit. Dieser schon nette, eine nette Dame. Ja, ja. Ich mag zwar Frau Schnabel deutlich lieber, aber okay. Ja, du gehst nach Kompetenz wahrscheinlich. Das darf man wahrscheinlich nicht machen in der Politik. Ja. What the finance? So, also haben wir das erledigt. Jackson Hole, habt ihr jetzt alle mitbekommen, was da passiert ist. Der Markt, wisst ihr ja, ist über die letzten Tage nach unten gedriftet. Und ich kann noch ein bisschen erzählen, warum. Ja. Darf ich das machen? Ja, du kommst jetzt zum technischen Positioning. Genau. Technisches Positioning. Wenn man sagt, man hat auf der einen Seite so eine Fundamentalanalyse oder makroökonomische Analyse. Und schaut man sich entweder das Unternehmen an oder man schaut sich eben Makrodaten an, man versucht über Zinstrajektorien Vorhersagen zu treffen. Und so eine andere Geschichte wäre das technische Positioning, habe ich das einfach mal genannt. Nämlich, dass du versuchst vorherzusagen, was andere Marktteilnehmer machen, die nicht fundamental unterwegs sind. Und da sind wir halt bei quantitativen Strategien. Also wenn du quasi weißt, was quantitative Strategien über die nächste Zeit machen, dann hast du schon mal so eine Idee, was der Markt machen könnte. Das kann natürlich alles gecancelt werden, wenn jetzt irgendwelche Riesenkäufer zum Beispiel reinkommen und die Quantitativen verkaufen, dann wird das halt ausgeglichen. Aber du hast zumindest eine Marktkraft, von der du vielleicht weißt, was du tut in der nächsten Zeit. Und dann hast du so eine Tendenz, was der Markt machen könnte. Und vor einigen Wochen hat mein Liebling von Goldman, der Scott Rubner, gesagt, if we start rolling downhill, there is an accelerant based on positioning and rules based trading. Also wenn es leicht nach unten geht, dann könnt ihr das vorstellen wie so ein Schneeballen, oder? Der dann so runterrollt und dann wird er immer, 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 immer größer. Dann kommt irgendwie die Elsa und zaubert den weg oder so. Ist das ein ähnlicher Effekt wie mit diesen, wie heißen die Dinger denn nochmal? Zero Day to Expire Optionen, dass die dann eben, dass dann eben kleine Bewegungen sich verstärken? Ja, zu den Optionen kommen wir gleich. Das hat auch mit den Zero Day to Expire zu tun, aber tatsächlich auch mit den normalen Optionsmärkten. Also ich würde sagen, es gibt so, sagen wir mal, drei, haben wir drei, ja, sagen wir mal, drei bis vier Kräfte im Markt, die im Moment sehr scheiße ausschauen. Kraft Nummer eins ist, es gibt Trendfolger. Das sind einfach ganz dumm gesprochen, wenn es hoch geht, kaufen die, und wenn es runter geht, dann verkaufen die. Und die sind, also du kannst quasi anhand der Marktbewegung versuchen vorzukasten, was diese Trendfolger über die nächsten Wochen machen, ob die eher kaufen und verkaufen. Und Goldman sagt, laut ihren Modellen, weil die Trendfolger handeln natürlich mit Goldman, wenn sie was machen wollen. Die gehen nicht einfach an die Börse, da ist die Liquidität gar nicht da. Du machst das dann mit Goldman beispielsweise. Und weil Goldman halt weiß, was die in der Vergangenheit gemacht haben, wenn der Markt dessen das gemacht hat, haben die quasi Modelle, die versuchen vorherzusagen, was die in Zukunft tun werden. Und das Goldman-Modell sagt, wir haben einen sogenannten, im Flattape sehen wir Selling. Das bedeutet, wenn quasi der S&P jetzt gar nichts machen würde, dann sind die eigentlich schon am Verkaufen. Also die werden jetzt die nächste Zeit verkaufen, wenn der Markt nichts tut. Und wenn der Markt aber ein bisschen fällt, dann werden die deutlich, deutlich mehr verkaufen müssen sogar noch. Also die sind Verkäufer und werden vielleicht sogar noch zu schlimmeren Verkäufern. Und wenn der Markt wieder hoch geht, dann werden sie weniger verkaufen, vielleicht noch ein bisschen nachkaufen. Aber quasi, wenn der Markt 10% hoch geht, werden die fast gar nichts kaufen. Wenn der Markt 10% runter geht, dann werden die richtig viel verkaufen. Du hast quasi so eine asymmetrische Bewegung. Und Downside Convexity nennt sich das dann in cool, dass wieder keiner weiß, was gemeint ist. Ja. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die sich versuchen, entsprechend mit irgendwelchen Optionen zu positionieren, um davon zu profitieren, wenn es so eine asymmetrische Wahrscheinlichkeit gibt. Also entweder es geht ein bisschen hoch und du verlierst nur ein bisschen oder es geht richtig runter und du gewinnst dann richtig viel. Oder wird das so gepreist sein, dass das nicht funktioniert? Also ja, wahrscheinlich wird das so gepreist sein, dass es nicht funktioniert? Nicht unbedingt. Also der Punkt ist, du weißt ja nicht sicher, ob das stimmt, was Goldman da sagt. Und ein normaler Marktteilnehmer weiß das auch gar nicht, weil du kannst diese Schätzungen halt nur vornehmen, wenn du derjenige bist, der die Trades von den CTAs exekutiert in der Vergangenheit. Wenn du halt weißt, was die machen. Und so ein Hedgefonds weiß das gar nicht. Er hat keine Daten. Er kann das halt selber versuchen zu schätzen, kann mit dem Research von Goldman arbeiten. Aber den richtigen Einblick hat er im Prinzip bloß der Trader von Goldman, der diese Trades die ganze Zeit macht. Also dann kann ich schon mal zu Protokoll geben für die Folge am 26. Ich war letzte Woche short. Es ist vielleicht gar nicht so dumm, weil was tatsächlich der nächste Punkt ist, dass die Optionspositionierung immer noch so ist, dass Downside-Optionen, also ein Put, wenn du Put auf dem S&P kaufen willst, der ist relativ günstig. Die Vola, die den Hauptpreis vorgibt, die ist relativ niedrig, weil anscheinend immer noch wenige Leute Put kaufen. Wir sind tendenziell, weil wir die letzten Wochen ja in dem Motto, du willst eigentlich Calls haben, weil es geht ja alles hoch jetzt, weil günstige Intelligenz und so, weißt ja. Aber Put selber wäre noch weniger gekauft. Also man könnte von diesen, es wäre quasi ein Yolo-Trade, kaufst dir jetzt so ein Out of the 5, 10% Out of the Money Put auf dem S&P und hoffst, dass die Downside-Convexity durchhaut und der Markt runtergeht. Ja. Werden Puts, Puts werden wahrscheinlich kurzfristiger gekauft als Longs, oder? Wobei, wenn man sich langfristig gegen so ein Ereignis absichern will, dann ist es eigentlich egal, ne? Also die meisten Optionen, würde ich sagen, also wenn du eine Option länger als ein Jahr kaufen willst, da gibt es schon oft weniger Liquidität. Die meiste Liquidität ist wahrscheinlich, behaupte mich da jetzt nicht, ich habe keine aktuellsten Daten, ich würde einfach mal sagen, jetzt die Zero Days ignoriert, die dominieren natürlich, aber das meiste geht so innerhalb der ein bis drei Monate und dann hast du vielleicht noch bis zu einem Jahr raus, ein bisschen was, und dann geht es eigentlich, was die Liquidität betrifft, meist relativ stark nach unten. Also das handelt dann irgendwie keiner mehr. Also das ist so die Zeit, die die Leute dann irgendwie oft angucken. Ja, und das Interessante ist, dass wenn man jetzt, hast du gut übergeleitet zu den Optionen, also ihr habt nicht nur die systematischen Strategien, wie zum Beispiel CTAs, die tendenziell eher am Verkaufen sind gerade, sondern auch ein negatives Gamma, zumindest bei den S&P-Optionen. Würdest du mir nochmal ganz kurz erklären, was Gamma ist? Ja, das ist ein griechischer Buchstabe. Das kommt nach Älter. Gamma nur als Strahlung. Das ist ähnlich toxisch, Gamma, aber da kann ähnlich toxisch sein. Nein, Gamma bedeutet im Prinzip, wenn du eine Option jetzt kaufst, du sagst, du kaufst jetzt einen Call, du wettest auf dem steigenden Markt. Du kaufst den jetzt. Dann, wenn der Markt steigt, muss der Options-Dealer, der dir die Option verkauft hat, sogar noch in den Markt reinkaufen. Ja. Und wenn du einen Put kaufst und der Markt fällt, dann muss der Options-Dealer zur Absicherung in den fallenden Markt weiterverkaufen. Der hätte in diesem Fall ein sogenanntes negatives Gamma. Gamma sagt dir im Prinzip, also du kannst quasi von der Option Gamma ausrechnen, sowohl beim Call aus dem Putz, die zweite Ableitung nach dem Underlying, ist das Gamma positiv. Wenn der Dealer aber verkauft, du als Anleger kaufst, ist der Dealer short Gamma und hat ein negatives Gamma auf dem Buch. Man muss dann immer marktverstärkenden Markt eingreifen. Und tendenziell war aber das Gamma jetzt über die letzten Monate eigentlich immer positiv. Das heißt, du kannst dir super vereinfacht, das ist nicht richtig, aber super vereinfacht kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, die Leute verkaufen eher Optionen, als dass sie sie kaufen. Das ist nicht richtig, weil Optionen haben unterschiedliches Gamma mit der Laufzeit, mit dem Underlying zusammen. Aber so kann man sich vielleicht vorstellen, es kauft immer, hat weniger Leute, haben Optionen gekauft. Weniger Leute haben zum Beispiel auch Downside-Optionen gekauft. Das scheint sich aber jetzt beim Gamma umgedreht zu haben, dass zumindest das Dealer Gamma jetzt beim S&P negativ ist und die quasi verstärken in den Markt eingreifen. Ernst zu nehmen muss man sagen, Freitag der 18. Das war ja letzte Woche am Freitag. Da sind viele Optionen ausgelaufen. Es kann sein, dass sich dieses Gamma mittlerweile wieder angepasst hat, ein bisschen besser geworden ist. Aber es ist auch scheiße, weil wenn der Markt runter geht, dann geht er halt noch weiter runter. Ja. Und jetzt kommt das allerletzte und das betrifft dich. Das letzte betrifft mich. Ja, warum nehmen wir eine Woche vorher auf? Weil wir alle im Urlaub sind. Weil wir alle im Urlaub sind. Und weil wahrscheinlich es aktuell eine Woche ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Leute im Urlaub sind, relativ hoch ist. Genau. Das ist tatsächlich auch, das hat auch damit zu tun, denn wenn du Trader in einer Bank bist zum Beispiel, dann hast du nicht nur als Trader, hast du eine verpflichtende, ein Two-Weeker nennt sich das. Du musst verpflichtend zwei Wochen am Stück im Urlaub sein. Kannst du dir vorstellen, warum? Warum zwingt dich die Bank, zwei Wochen am Stück in Urlaub zu gehen? Ich grübel gerade. Sag dir, ich bin kein Franzose, deswegen weiß ich nicht, wie man ausspricht. Jerome Kerviel was? Nee. Das ist so ein lustiger Trader von der Sockchen, der den, ich glaube, fünf Milliarden verloren hat. Du bist als Händler in einer Bank, darfst du eigentlich nicht mit dem Geld der Bank handeln, sondern du machst eigentlich nur Liquiditätsproviding für andere Marktteilnehmer. Da kannst du schon dein Buch auch steuern, ein paar in Anführungszeichen Trades in Anführungszeichen machen, wo du glaubst, dass du Geld machst. Aber du kannst dich einfach random morgens reingehen und sagen, ich habe hier einen Linienchart gemalt, ich glaube, das hochgeht, deswegen gehe ich jetzt hoch. Wenn du es mit Hedging begründest, geht es auch wieder, aber du darfst einfach nicht beliebig große Positionen nehmen. Und jetzt gab es aber mehrere Geschichten, wo sogenannte Rogue Trader in Banken das gemacht haben. Die haben quasi einfach selber auf irgendwas gewettet, und lagen dann aber falsch, haben dann verloren und haben dann aber versucht, diesen Verlust zu verschleiern, indem sie zum Beispiel so getan haben, als gäbe es eigentlich Kundenorders dahinter. Also die machen gar nicht die Trades aufs eigene Buch, sondern es gibt Kundenorders. Und jetzt ist halt das Problem, dass sowas, wenn du sowas verschleierst, wenn du quasi heimlich Trades machst und tust, als gäbe es Kundenorders, das ist nicht so leicht. Du musst dann immer wieder Umbuchungen durchführen und du musst eigentlich den ganzen Tag dran sein, sonst fällt es auf. Und die Idee, die hinter dem Two-Weaker unter anderem ist eben, ich zwinge die Leute, zwei Wochen am Stück weg zu sein. Das heißt, wenn die irgendeinen Scheiß gemacht haben, dann würde das... Dann siehst du, dass plötzlich diese Orders weg sind. Genau, dann würde das in den zwei Wochen irgendwie auffallen. Der, der, der dich dann vertritt zum Beispiel, dem würde das dann auffallen und du darfst zwei Wochen, du darfst ja auch dann mit deinem Handy irgendwie nicht dich einloggen oder so, du musst wirklich zwei Wochen raus. Ah ja, okay. Und Goldman sagt jetzt, the most common two-weeker of the whole year startet eigentlich, ist letzten Freitag am 18. August gestartet. Das heißt, jetzt sind eigentlich die meisten Trader in Anführungszeichen in den Banken auch noch im Urlaub. Das heißt, es wird relativ wenig getradet. Ja, die Liquidität ist, genau, ja. Ja, und wenn was passiert, dann reagieren alle relativ schnell und panisch, oder? Ja, auf der einen Seite das, die Liquidität ist niedrig und Goldman schreibt es auch relativ schön, the risk tolerance to add into any potential negative headlines ist ebenso niedrig. Stell dir vor, die ganzen Banken gehen in Urlaub, dann gehst du natürlich vielleicht als, wenn du einen Fonds hast, gehst du auch in der Zeit im Urlaub. Macht ja Sinn, wenn die eh alle weg sind, wenn du nicht richtig exekutieren kannst, Liquidität niedrig ist. Und jetzt aber zu sagen, jetzt passiert zum Beispiel kurz vorher irgendwas. Willst du jetzt den Dip kaufen, wenn du weißt, es sind eh jetzt alle weg. Wir haben negatives Technik, also die Idee vor deinem Urlaub jetzt noch eine Position zu vergrößern und dann in Urlaub zu gehen, nur um zurückzukommen, um zu merken, ist alles scheiße. Dann wird dich halt jeder fragen, sag mal, bist du blöd? Warum machst du vor deinem Urlaub noch sowas, wenn du eh weg bist? Die ist halt relativ niedrig. Ja, das passt so ein bisschen zu, ich hatte mal von so einer Studie gehört, Matt Levine, der Kolonist oder Journalist von Bloomberg. Übrigens einen sehr guten Newsletter, den ich, der ist immer so lang, dass ich ihn nicht komplett lesen kann, aber der hat immer schöne Headlines. Der ist jetzt auch gerade im Urlaub und das heißt, es gibt dann kein Newsletter und viele Leute haben dann halt keine Information. Was er aber macht, ist, wenn im Urlaub etwas Schlimmes passiert, dann gibt es von ihm so kleine Eilmeldungen und dann haben mal Leute eine Studie gemacht und untersucht, ob diese Eilmeldungen von Matt Levine den Markt nervös machen, weil er ja nur dann sich meldet, wenn wirklich was passiert. Ergebnis der Studie ist irrelevant, witzig ist, dass es überhaupt eine Studie dazu gibt und ich gehe mal davon aus, dass das Ergebnis auch sein wird, nein, es macht nicht den Markt nervös, aber genau das Phänomen würde ja hier wahrscheinlich auch so ein bisschen vorliegen, wenn wirklich was passiert, dann holen doch alle irgendwie ihre Laptops raus oder keine Ahnung, was sie dann machen oder einige wenige machen dann irgendwelche größeren Trades und bewegen dann eben den Markt umso mehr. Ich erinnere mich an die tolle Szene in The Big Short, wo Brad Pitt am Ende den beiden Jungs hilft, ihren Trade zu schließen. Ich weiß nicht, wie du kennst, da sitzt er, glaube ich, in Irland in so einem Pub und packt dann irgendwie seinen Laptop aus und macht dann da irgendwie die Millionen Trades und die Leute schauen ihn ganz komisch an. Ich erinnere mich gar nicht mehr an The Big Short. Ich weiß gar nicht, ob ich den je geguckt habe, aber ich bin mir relativ sicher. Ich habe große, große Wissenslücken, was Filme angeht. Es ist ungefähr jede zweite Mittagspause mit Arno. Ah, übrigens, hast du den und den Film gesehen, weil Arno ein großer Filme-Fan ist? Nee, das war eine Antwort Nein. Nein, habe ich nicht. Ich wollte gerade fragen, ob das Finanzfluss eine Charakteristik des Unternehmens ist, weil Thomas ist ja jetzt, sagen wir mal, auch, was Filme und Serien betrifft, glaube ich, nicht so up to date, um es mal euphemistisch zu formulieren. Ist da Arno deutlich gebildeter, was das betrifft? Ja, Arno ist was solche Sachen, Filme, Musik, Kultur. Sehr sympathisch. Klatsch und Tratsch, aber, Klatsch und Tratsch, nicht so, aber der ist eigentlich immer sehr, sehr up to date, was solche Sachen angeht, ja. Sehr, sehr sympathisch. Ja, Thomas wusste ja nicht mal, wer Harry und Meghan sind. Erinnerst du dich noch an die Folge? Ja, ja, da gab es auch richtig Shit. Hat der, weißt du, wusste der ernsthaft nicht, wer Meghan Markle ist? Ja, aber ja, ich will nicht so laut lachen, es könnte mir auch passieren. Eine Frage, zwei Antworten. Dann lassen wir mal Stars und Sternchen sein. Wir müssen noch eine Sache machen, glaube ich. Wir haben jetzt vorhin groß angekündigt, dass man über was sprechen kann, dann haben wir das einfach nicht machen, dann würde das wieder zum Podcast passen. Über was wollte man denn noch sprechen, weißt du es noch? Ich wollte jetzt gerade eigentlich an den vorherigen Witz anschließen. Hab gehofft, dass du sagst, wir sprechen über ETF-Policen und ich frage dann, was sind Policen? Aber genau, wir sprechen über ETF-Policen. Was sind jetzt Policen? Versicherungen, würde ich jetzt mal so ganz allgemein. Also es geht wahrscheinlich um Rentenversicherungen, Lebensversicherungen etc., die in ETFs investieren. Und da würde ich dich, ja, das ist, das ist richtig, da würde ich dich aber gerne zu Beginn erst mal fragen, wenn man jetzt schon über Produkte im, sage ich mal, im wesentlichen Versicherungsmantel, Vertragsmantel irgendwo sprechen. Was hältst du von einem Bauspar? Ganz sensibles Thema. Ganz sensibles Thema. Richtig sensibles Thema. Es gibt nämlich, glaube ich, zwei Arten von Leuten, nämlich diejenigen, die absolut darauf schwören und wenn man irgendwas kritisches über Bausparverträge sagt, uns richtig aufs Dach steigen. und dann gibt es eben diejenigen, die da nicht so viel verhalten, aber die sind nicht so, nicht so militant, glaube ich, denen ist das alles egal. Ist ja wie bei ETFs dann quasi, oder? Weil da hast du ja auch Anhänger von ETFs und wenn du dann sagst, der aktive Fonds hat gar nicht so schlecht performt, naja, genau, so wie ich, dann, der Thomas tickt dann immer komplett aus, wenn ich so einen aktiven Fonds irgendwie beleidige, weil er ja sehr große Fan von aktiven Fonds ist, nachdem er alle ETFs verkauft hat, aber, ja, also Bausparer, finden wir den gut oder nicht? Ich finde den nicht gut, weil, naja, es kommt, es kommt ein bisschen darauf an, also, wenn du, wenn du weißt, du wirst in, an einem bestimmten Zeitraum ein Haus bauen wollen, du weißt, dass die Zinsen in den nächsten zehn Jahren steigen und du weißt, dass die aktuell relativ günstig stehen, dann könnte man die sich mit einem Bausparvertrag sichern und dann günstiger das Haus finanzieren. Wenn man aber auf halber Strecke sich umentscheidet, dann hat man das Geld ziemlich dürftig angelegt, dann gibt es eventuell auch noch Kosten, um da rauszukommen, unterschiedlich, und dann hat sich die Wette nicht so gelohnt, also als Geldanlage würde ich es nicht empfehlen. Ich bin ja jemand, ich weiß gar nicht, wie das Kind mal einen Bausparer hatte, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber ich habe mich mit dieser Frage selbst nicht zu viel beschäftigt, bei den ETF-Polizen ist eine andere Geschichte, da kann ich glaube einiges erzählen, aber es geht. Ich hatte mal eine ähnliche Polize, aber nicht auf ETF-Base, nein, eine Rentenversicherung. Da kannst du gleich erzählen, ich wollte noch kurz zu diesem Bausparer was sagen, es gibt einen Finfluencer-Collision auf Instagram, der Joschka von Finanzrebellen, der hat ein Argument genannt, und ich will das bloß wiederholen, dieses Argument, weil das finde ich sehr plausibel, und will aber dazu sagen, dass es eben nicht von mir kommt, weil sonst würde ich mich mit fremden Federn spücken. Der hat ein Argument genannt, und zwar sagt er, der Bausparer, der lockt dir doch eigentlich nur für einen bestimmten Betrag die niedrigen Zinsen ein. Und dann musst du dich auch noch anders finanzieren, ja. Genau, oftmals ist es so, dass dieser niedrige Betrag, der reicht nicht aus, um heutzutage ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Und dann ist es so, dass du eben eine Zeit lang einzahlst in das Ding, bis du dir dann halt in x Jahren für diesen niedrigen Betrag, der sich glaube ich aus den Einzahlungen und dann nochmal in den Ticken zusammensetzt, für den kriegst du die günstigen Zinsen. Und da kannst du jetzt dagegen rechnen und sagen, dann zahlst du halt nicht einen Bausparer ein, sondern zahlst du einen ETF-Sparplan ein über die x Jahre. Wenn du dann halt mit irgendwie deinen 7% Rendite rechnest, die ja im Grundgesetz drinstehen, ich glaube auch aus Menschenrecht mittlerweile gelten auf UNO-Ebene, dann kommst du halt oftmals auf eine... Inklusive 15% Volatilität oder exklusive. Ja, exklusive erstmal. Dann kommst du aber auf einen Betrag raus, der, wo es sich eigentlich immer lohnenswerter zeigt, quasi in den ETF reinzugehen und den wesentlichen Punkt, ja, du hast angeschaut. Ja, da würde ich wieder dagegen einwenden, wenn du weißt, dass du in 10 Jahren bauen willst, dann würde ich es aber auch nicht in ETFs investieren. Ja, ist glaube ich die Frage, welche Laufzeit immer. Genau, weil du hast halt das Problem da, die 7% haben halt leider auch eine Wohler. Ob die in 10 Jahren wirklich bei 7% dann realisiert haben über die letzten x Jahre, weißt du nicht. Das wäre eigentlich was, das müssen wir mal als Studienarbeit quasi fast mal angucken. Kannst du da mal einen R-Skript schreiben? Ja, genau, einen R-Skript einfach schreiben, Simulation laufen lassen, unter welchen Rendite- und Wohlerannahmen schlägt es dann den klassischen Bausparer. Das ist eigentlich eine coole Sache, mit einer hohen Prozent mit Wahrscheinlichkeit. Das war eigentlich mal eine coole Sache, ja. Ja, dann kann doch mal ein Stück von dir eine Masterverarbeiter zu schreiben oder eine Bachelorarbeit und dann machen wir ein Video draus. Ich wollte gerade sagen, ihr macht dann den Bausparrechner auf Finanzfluss. Oder einen Rechner, ja. Genau. Ich versuche ja ungefähr im Wochentakt mache ich Werbung für den Monte-Carlo-Rechner. Ich möchte, dass wir endlich einen Monte-Carlo-Rechner auf unserer Website haben, um nicht immer fest mit fünf Prozent rechnen zu müssen, weil du musst ja in unseren Sparrechner immer eine feste Rendite eingeben und ich möchte einfach einen Rechner haben, der dir ausrechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit du bei einer gegebenen Wohler ein bestimmtes Vermögen haben kannst oder auch nicht. Ja, natürlich auf Gaussannahmen beruht. Was wahrscheinlich dann auch wieder umstritten ist, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn du mit Jahresrenditen, also auf zehn Jahre, der Markt ist nicht normal verteilt auf kurze Zeiträume. Also auf ganz kurze gibt es witzigerweise wieder andere Untersuchungen. Einfachung, die ich angenommen hätte. Genau, auf Tagesbasis ist er nicht normal verteilt, aber du kannst argumentieren, dass er auf Jahresbasis normal verteilt ist. Das ist eigentlich der zentrale Grenzwertsatz. Wenn du ganz viele Log-Tagesrenditen zusammenzählst, dann wird die Summe immer normal verteilter. Ja. Unter bestimmten Bedingungen. Jetzt haben wir wieder zu viel genordert. Wir ETF-Polizen, da müssen wir jetzt noch kurz drüber sprechen. Ja. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Wie finden wir die? Soll ich was sagen? Ja, erzähl du mal. Also der Pitch ist ja immer, es gibt steuergeförderte Sparpläne. Und das kann jetzt zum Beispiel so ein Rürup sein. Eine Rürup-Rente, benannt nach dem, wie hieß der? Bert, oder? War das der? Bert Rürup. Ja, nicht Bernd, glaube ich. Bernd Riester, kann das sein? Bernd Riester und Bernd Rürup. Bernd Riester und Bernd Rürup, glaube ich. Es gibt auch einen Bernd Riester, der hat aber nichts mit der Politik zu tun. Ich gebe das gerade schnell noch an. Naja, so irgendein armer Mensch, der nichts mit Politik und nichts zu tun hat, den sage ich jetzt nicht, was der so macht, weil sonst kriegt er die ganze Zeit Anfragen. Hey, wie haben Sie den Podcast erwähnt? Er ist Bernd, ja. Ja, also die Steuerförderung, der Trick ist, glaube ich, wie folgt. Du committest dich auf diesen Vertrag, den Riester nehmen wir weg, weil der hat so eine Kapitalsicherung drin, die der Rürup nicht hat, da geht das nicht mit reinen ETFs, aber sagen wir mal, du bist in einem reinen ETF-Rürup, dann sparst du jeden Monat in einen ETF-Sparplan rein, kannst aber am Ende des Jahres die eingezahlten Beiträge bis zu einer bestimmten Obergrenze von der Steuer absetzen. Die liegt, glaube ich, bei, du hast sie vorhin genannt, oder? Ja. Nee, das war nicht das. Also ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich kann nicht die genaue Zahl nennen. Ich hätte jetzt irgendwas in der Größenordnung von irgendwie 20.000. Ja, genau, 26.000 und irgendwas dann. Ja. Bis zu diesem Betrag kannst du es als, ich glaube, Vorsorgeaufwendungen von der Steuer absetzen. Ja, nachdem, also deine Renten, gesetzliche Rente geht dann natürlich auch rein, das heißt, dieser Freibetrag ist schon wahrscheinlich ziemlich verbraucht, je nachdem, wie viel du verdienst. Ja, bei Beamten ist, glaube ich, das ist ein bisschen trickier. Das hatte ich mal, da gibt es, glaube ich, so Fake-Zahlen, die du da reinreichst. Da kannst du schon eine nicht langweilige Summe einzahlen. Aber genau, die Idee ist quasi, du kannst da, du kannst auf jeden Fall Einzahlungen sind bis zu einem bestimmten Grad, der individuell von dir ein bisschen abhängt, von deinem verdienst, sozial rechtlichen Status, sagen wir es mal so, dann kannst du es von der Steuer absetzen. Also kannst du es vereinfacht so betrachten, du zahlst 1.000 Euro ein, tatsächlich, aber da du von der Steuer 300 wiederbekommst, zahlst du nur 700 ein. Mhm. Netto. Ja, also du sparst ungefähr den Prozentsatz, den du, dein Grenzsteuersatz ist. Genau. Und wenn du gut verdienst, dann ist es halt fast 50 Prozent, dann kannst du halt irgendwie deine 42 Prozent, plus Soli dann noch, also 44,31, und dann vielleicht noch Kirche, dann bist du schon über 45. Vereinfacht gesprochen, du zahlst im Jahr 10.000 Euro ein, kriegst aber 4.000 von der Steuer zurück. Ja. Und das jedes Jahr. Dann zahlst du halt eigentlich nur netto 6 ein und kriegst aber 10 gutgeschrieben, so kann man sich es vorstellen. Und das halt über die gesamte Laufzeit. Und dann gibt es halt so schöne Rechner, da habe ich auf Instagram auch Leute gesehen, die sagen, hier, mit der geförderten kommst du dann nach 10 Jahren mit so viel eingezahlt auf 180.000, mit der ungeförderten hättest du noch 100.000 auf deinem Konto. Deswegen musst du bei mir jetzt abschließen. Ja, klar, das muss. Muss, muss, muss. Aber es gibt Probleme. Die da wären, das liegen wahrscheinlich irgendwo in den Verwaltungskosten, oder? Ja, tatsächlich zum Teil. Also du hast bei solchen Versicherungen tendenziell drei Fronten, wo du verarscht wirst. Front Nummer eins ist die Abschlussprovision, die gerne mal irgendwie zwölf Monatsraten ist. Also das erste Jahr vereinfacht, zahlst du den Berater und den Rest, dann zahlst du erst in die Versicherung ein. Die musst du aber nicht mehr immer haben. Es gibt, glaube ich, auch welche, die mittlerweile ohne anbieten. Dann hast du die laufenden Kosten. Da hast du auf der einen Seite oftmals eine Verwaltungsgebühr auf Versicherungsebene und dann hast du natürlich die laufenden Kosten der Fonds, in die du zum Beispiel investierst. Auch da, glaube ich, kannst du mittlerweile, ich habe ein, zwei angeguckt, gibt es entweder sehr günstige Policen oder welche, die eben wie die Überschrift vorher gesagt hat, in ETFs investieren. Da kommst du tenenziell mit einer geringen Kostenbelastung hin. Lass das mal 50 Basispunkte im Jahr sein. Also nur so viel wie der Gerd-Kommer ETF. So viel wie der Gerd-Kommer ETF. Stimmt. Das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, der relevanteste Punkt ist, den ignorieren dann oftmals Verkäufer, weil den, da können sie gut verstecken, ist halt in der Rentenformel am Ende drin. Am Ende ist es dann so, du hast irgendwie für jede 10.000 Euro, die du hast, wenn du in Rente gehst, kriegst du 22,70 Euro monatlich Rentenzahlung garantiert. Das ist quasi, ich habe jetzt diese Zahl tatsächlich aus einem speziellen Bogen rausgenommen. Das ist ja ungünstiger, als wenn man gesetzliche Rentenpunkte kauft. Einer kostet aktuell 8.000 irgendwas Euro und du kriegst dafür 37,60 Euro dynamisiert. pro Monat. Genau. Also das, was ich jetzt quasi gerechnet habe, das wäre vereinfacht eine Dividendenrentite von 2,7%. Also wenn du quasi, der Unterschied ist quasi, dass dir die Versicherung das in Anführungszeichen bis zu deinem Tod dann verspricht. Ja und bei den Rentenpunkten kommt man tatsächlich auf eine, man kann es nicht Rendite nennen, weil das so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen ist, aber 5, irgendwas haben wir in einem Video. Ah und wird sicher auch im Rentenrechner auf Finanzfluss, oder? Nee, da nicht. Okay, war bloß ein Versuch. Ja, aber es gibt ein Problem mit dieser Rentenzahlung, die es tatsächlich dann sehr uncool macht. Die ist lebenslang. Das macht es ja wieder cool eigentlich, weil du hast, das Langlebigkeitsrisiko trägt die Versicherung. Wenn du 1000 Jahre alt wirst, dann gehen die alle pleite. Naja, du musst halt nur die ganzen Methusalems mitfinanzieren und also genau, es bringt nur was, wenn du wirklich alt wirst. Genau, weil du kannst ja auch andersrum sehen, dann hast du halt dein angespartes Vermögen, das ist geringer, aber du zahlst dir eine höhere Dividendenrendite oder du zahlst dir, hast 4% Entnahme zum Beispiel jedes Jahr, weil du das so machst. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der ignoriert wird. Du musst diese scheiß Auszahlungen, die musst versteuern. Und zwar mit der Einkommenssteuer. Genau. So wie bei der ganz normalen Rente. Ja, wie beim Riester zum Beispiel auch. Die Einzahlungen unter Vermögensaufbau sind steuergefördert, aber später die Auszahlungen unterliegen dann einfach auch der Besteuerung. Es ist eine Art Terminstrukturkurventrade auf die Steuerterminstrukturkurve über deinen Lebenszeitraum. Wenn du quasi glaubst, dass du jetzt signifikant mehr Steuern zahlst als im Alter, prozentual gesehen, dann kann sich das lohnen. wenn du die ganzen Kosten und die Tatsache, dass du halt gebunden bist und nicht so ohne weiteres rauskommst. Ich hatte halt für mich mal einen ausgerechnet, da kam dann raus, wenn ich älter als 108 werde. Ab 108 bin ich break-even zwischen dem ETF-Sparplan, den ich selber mache, und dem ETF-Sparplan, den ich über den damals gerechneten, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, vielleicht geht es mittlerweile ein bisschen besser, Rürup mache. Also wenn ich denke, dass ich länger als 108 lebe, bin ich break-even. Ich habe zwar eigentlich vor, länger als 108 zu leben, aber dann bist du halt erst break-even, dafür, dass du dich halt in so eine Struktur kommittest, super unflexibel bist. Also ich bin selber kein Fan. Ja, wenn du Rentenpunkte kaufst und man das ohne die Dynamisierung rechnest, bist du, oder war das mit Dynamisierung? Ich weiß es nicht mehr, ist es ein bisschen her, aber so mit 96 break-even. Das für mich als Beamter ist das ja eh noch mal eine andere Geschichte. Stimmt, ja. Ich hatte mal eine Rentenversicherung und meine Eltern hatten damals für uns Kinder jeweils eine Rentenversicherung abgeschlossen und da so ein bisschen einbezahlt. Und die hatte auch den Vorteil, dass sie vor 2004 abgeschlossen wurde. Das heißt, die Gewinne wären, wenn Gewinne anfallen würden, steuerfrei. Würden? Ja, gut. Gut, es war halt, basierte halt auf Anleihen und man bekam da irgendwie eine Rendite von, keine Ahnung, zwei Prozent oder irgendwie sowas, was für mich dann auch der Beweggrund war, die aufzulösen und in ETFs das zu investieren. Ob das intelligent ist, kommt auf die Betrachtungsweise an, aber ich wollte eben gerne das Risiko reichern. Class-Action-Lawsuits bitte an Markus von Finanzfluss schicken, wenn in zehn Jahren das Auflösen eurer Rentenversicherung die falsche Entscheidung. Genau. Ja, nein, das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber ich wollte das eben so, hatte dann eben mit diesem Berater telefoniert und er wollte mir dann natürlich noch eine Alternative anbieten, nämlich eine, die in ETFs investiert, wo ich dann nicht den Steuervorteil bekomme, was aber nicht schlimm ist, weil ich ja dann auch mehr Rendite bekomme. Und der hatte dann damit argumentiert, ich müsste ja nur die Hälfte davon versteuern. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Vielleicht sind Rentenversicherungen nochmal ein bisschen spezieller irgendwie im Steuer befreit. Und dann habe ich ihm entgegnet, naja, aber bei meinen ETFs, da entfallen ja a, die Gebühren und b, bekomme ich ein Drittel von der Steuer erlassen. Teilfreistellung. Und dann guckte er mich an wie so ein Auto und sagte, nee, das stimmt nicht. Sagte ich doch, das stimmt. So, nee, das stimmt nicht. Man kriegt keine Steuerermäßigung bei, wenn man das selber macht. Und dann sage ich, googeln Sie das mal, Teilfreistellung. Sagte er, wie heißt das Wort? Und dann schrieb er das auf Teilfreistellung. Ja, naja, jedenfalls war das Beratungsgespräch nicht so, dass ich dann Lust hatte, irgendwie seinen Ratschlägen zu folgen. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt an der Stelle einfach nochmal einbringen. Ich muss vielleicht allgemein nochmal eine Lanze auch für den Beraterjob brechen, weil, ja, nee, das meine ich jetzt außenweise ernsthaft. Es gibt ja schon auch gute Berater, die dann, nein, ich meine das ernst, ich meine das wirklich ernst. Ich meine ja auch ernst. Es gibt Leute, die dir... Menschen sind grundsätzlich gut, da bin ich fest von überzeugt, auch Berater. So, da bin ich nicht von überzeugt, aber ich glaube, die Menschen sind grundsätzlich böse, aber schau mich an. Aber ich glaube schon, dass es, ich kenne auch welche, dass es auch gute Berater gibt, die dir im Servicefall Produkte empfehlen, die dann tatsächlich für dich auch geeignet sind. Sei das jetzt zum Beispiel bei, wenn man über eine Krankenversicherung zum Beispiel spricht, wenn man über, ich habe jetzt abgeschlossen, sage ich jetzt halt, was ich abgeschlossen habe, weil sonst können die Leute Konsequenzen daraus ziehen, was sonst noch so abgeht bei mir. Ihr habt eine andere Versicherung abgeschlossen. Also, ich glaube schon, dass es, dass es... Das ist Versicherung. Eine Haftpflicht, stimmt. Kinderhaftpflicht. Nein, eine Amtshaftpflicht als Beamter. Also, es gibt, es gibt, glaube ich, schon gute Leute. Auch im, ich gehe sogar so weit und sage auch, ein Thema Finanzberatung gibt es sicherlich auch welche, die dir, die dir halbwegs gute Entscheidungen überlassen. Das ist der Punkt, das ist halt, wenn die das Vollzeit machen, müssen die Geld verdienen. Anders geht das einfach nicht mit einem, mach einen ETF-Sparplan und sei zufrieden. Mit dieser Empfehlung verdienst du halt kein Geld. Mir hat mal eine Bank sehr schön gesagt, wenn alle Leute in Deutschland Thomas von Finanzflüssen wären, dann könnten wir dicht machen. Das war ein Online-Broker. Also, wenn alle nur noch ETF-Sparpläne machen, dann geht es halt nicht mehr. Dementsprechend, ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die zum Beispiel bereit sind, dafür zu zahlen, dass sie irgendwo an der Hand genommen werden. Dass du sagst, okay, gut, ich treu dich hier, ich sag dir, hier musst du da rein investieren, da rein. Und solange man die Leute halt nicht gezielt verarscht, weil man sieht, die kennen sich nicht aus, dann ist es, denke ich, okay. Es gibt aber halt dann auch diese Fälle, wo dann halt der 80-jährigen Oma ein Kapitalschutzzertifikat mit 30 Jahren Laufzeit auf Hedgefonds eingebucht wird. Ja, ich schaue dich an, Dresdner Bank, und ich könnte sogar die WKN nennen, aber ich tue es nicht. Ja, nee, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also, natürlich müssen die von irgendwas leben und ich glaube, ich fände ein Modell besser, wo klarer ist, dass ich den bezahle. Es wird ja dann immer so getan, als sei das alles gratis und das ist irgendwie so eine Dienstleistung, so wie der Strom aus der Steckdose kommt, hat die Bank halt Berater und die verdienen nichts. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich das Konzept Honorarberater, auch wenn es auch, glaube ich, relativ teuer ist, ganz gut, weil man dann da eben wirklich die Transparenz hat. der stellt dir hinterher eine Rechnung aus wie ein Anwalt und dann musst du dich dann eben entscheiden, ob du das machst oder nicht. Würden sich aber wahrscheinlich viele, die nicht so viel Geld haben, gegenentscheiden und dann gar nicht investieren und dann, wenn man das abwägt, ist es, glaube ich, schon ganz in Ordnung, wenn die Kosten dann irgendwie so vom Gewinn abgezogen werden und du das jetzt heute nicht im Portemonnaie haben musst, dieses Geld. Ja, das wollte ich auch noch gerade ergänzen, weil die Honorarberatung halte ich persönlich auch für den richtigen Weg eigentlich, aber es gibt halt viele Leute, die das nicht möchten und weil das halt abschreckend ist, wenn du da teilweise einen relativ hohen Betrag zahlen musst. Klar, wenn du den auf Lebenszeit dann wieder rechnen hast und so einen Sparplan wirst du das irgendwie in einem aktiven Fonds oder so, in einem schlechten aktiven Fonds, es gibt ja auch gute, wenn ich das hier so sagen darf. Dann, aber ja, also das ist, glaube ich, der Punkt. Deswegen bin ich auch nicht, die Abschaffung der Provisionen finde ich auch nicht den richtigen Weg. Ich habe aber auch keine tolle Idee, ich bin kein guter Regulator, das überlasse ich anderen Leuten. Ja. Vor allem, wenn man die Provisionen abschafft, dann hat man ja immer noch nicht abgeschafft, dass den Leuten scheiß Produkte verkauft werden. Also, ja, das ist natürlich das zweite Problem dann noch, dass es, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch gute Produkte, aber es gibt halt auch viel, viel Mist. Man müsste irgendwie ein Incentive schaffen, dass, dass man besonders dann bezahlt wird, wenn man weder eine großartige Unterrendite noch eine großartige Überrendite den Leuten vermittelt. Das heißt, Berater kriegen ab jetzt immer, wenn sie ein Produkt empfohlen haben, so eine Inline-Option auf die Out-und-Under-Performance reingeschrieben, die nach zehn Jahren erst matured oder so. Mein Gedanke kommt gerade daher, wenn ich jetzt sagen würde, man müsste sie performanceabhängig bezahlen, dann würden die Leute nur noch irgendwelchen riskanten Scheiß verkaufen. Und deswegen ist das ja auch keine Option, man muss es irgendwie nach oben deckeln, aber auch dafür sorgen, dass die Leute jetzt nicht irgendwie Dirk Müller unter die Leute bringen und nur solche Sachen verkaufen. Das ist echt, da habe ich auch in meiner Vorlesung auch ein riesen Kapitel drin, der große Zielkonflikt vom Asset-Management. Wenn du die Leute nach Fees bezahlst, also einfach Management-Feed, dann haben sie die Tendenz, möglichst viel Assets anzuschieben, reinzuholen. Dann geht aber die Performance immer runter von einem Fonds zum Beispiel, wenn er mehr Assets hat. Und wenn du sagst, du bewertest sie nur noch Performance, dann haben sie halt die Tendenz, möglichst viel Risiko draufzunehmen und halt im Zweifelsfall den Frank-Thelen-Fonds nachzumachen, der halt offensichtlich viel Risiko drauf hat, weil er halt super High-Duration-Growth-Assets drin hat. Das ist auch scheiße. Also diesen Zielkonflikt kannst du halt nicht so ohne weiteres auflösen. Ja, müsste man irgendeine Formel finden, die Rendite und Wohler, die dich nach Rendite-Risiko-Verhältnis bezahlt. Nach Sharp-Ratio. Ich wollte gerade sagen, wenn es nur so eine Formel gäbe, die Wohler und Rendite ins Verhältnis sitzt, dann würde sich viel lösen lassen. Aber nur noch Sharp-Ratio darfst du auch nicht gehen. Nee, wenn du an Anleihen oder so meistens ein relativ gutes, ne? Noch geiler. Das beste Sharp-Ratio, wenn du in Deutschland öffentlich verfügbare Fonds sortieren lässt, dann sind sie immer an der Spitze. Wer hat das beste Sharp-Ratio? Ja, wahrscheinlich Dirk Müller. Nee, Dirk Müller hat tatsächlich nicht das beste Sharp-Ratio. Das beste Sharp-Ratio haben offene Immobilienfonds. Weil die natürlich dir immer nur einen NLV berichten, den sie selber irgendwie ein bisschen steuern können, der halt irgendwie nur steigt die ganze Zeit. Dann kommst du halt auf so Monster-Sharp-Ratios die ganze Zeit, wenn du halt in so einer Suchmaschine das sortieren willst. Ja, dadurch, also es ist ja auch oft bei so Collectibles oder so, dass man denkt, die hätten kein Risiko, wenn du nur einmal im Jahr den Wert feststellst, dann hast du natürlich keine Schwankungen dazwischen. Wobei es auch, da muss ich auch noch eine letzte Ergänzung machen. Es werden ja oft Fonds, Private Equity, da gehe ich mit, aber Hedgefonds auch vorgeworfen, die schauen deswegen so risikoarm aus, weil du halt nur einmal im Monat einen Preis hast. Ja, das stimmt schon, aber die Leute sind ja blöd. Also du musst dann halt auch den MSCI World einmal im Monat dagegen plotten und dann sieht er halt doch noch deutlich schwankender aus als so ein Fonds. Aber klar, du kannst nicht was, was intraday rumzuckelt wie Dogecoin, das dann irgendwie vergleichen mit einem Private Equity Fonds, wo du einmal im Jahr einen Preis kriegst. Das stimmt. Sollen wir zwei Stunden voll machen heute, oder? Ich höre langsam auf zu schwitzen. Hier ist also, dieses Zimmer hier ist ein Pumakäfig. Es sind, nee, warte mal, es werden 22 Grad sein, wenn ihr diesen Podcast hört, aber jetzt sind es 30 Grad und ja, hier ist schlechte Luft, aber langsam, ich habe eben die ganze Zeit hier alles vollgesuppt und so langsam gewöhne ich mich an dieser Hitze. Also wir können die zwei Stunden voll machen, wenn du möchtest. Uns gehen nur die Themen aus. Wetterderivate hast du doch jetzt gerade angefangen. Wetterderivate? Ja, du hast gerade gesagt, die Temperatur fällt. Ich wollte jetzt gerade ein Putt auf die fallende Temperatur kaufen. Ja, das ist ja mit der Temperatur wirklich witzig, weil die, was heißt witzig, aber im Moment ist ja, wenn ich es richtig verfolgt habe, deutlich über dem Durchschnitt. Während im Mai war es andersrum, da war es deutlich kälter, als so ein Mai normalerweise ist. Und dann ist natürlich, wenn du im Agrarsektor tätig bist, das ist dann natürlich immer scheiße, wenn du so Abweichungen nach oben und unten hast, wenn irgendwie dann der Mai kälter ist. Ja, aber du hast doch da nicht irgendwie Exposure im Agrarsektor, oder? Ich habe im Moment keinen, ich schaue mir gerade, da wollten wir doch eigentlich heute auch noch drüber sprechen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt sein. Ich glaube, wir wollten es nicht, oder? Ich schaue mir gerade einen Commodity ETF an. Und zwar einen Commodity ETF von der UBS, der auf einer ähnlichen Strategie beruht wie einen Fonds von Lumina, glaube ich, heißt der Lumina, den es schon seit 15 Jahren gibt. Das ist die Idee, der Versuch einer Art marktneutralen Commodity Strategie, die von der TV... Und wie investieren die? Mit Futures? Die gehen, ja, die gehen long, einen Index, das ist ein passives Ding, die gehen long, einen Index, der Rohstoffe Terminstrukturkurve optimiert handelt, also rolloptimierte Rohstoffindex, den gehen sie long. Und du musst also jede Sekunde deine Futures kaufen und verkaufen, oder wie? Nee, wenn du rollst, schaust du dir quasi meistens die Kurve an, dass du nicht in den Frontmanf immer rollst, in den nächsten, sondern dass du halt das irgendwie optimierst mit der Steigung der Kurve, wo die irgendwie am günstigsten ausschaut. Und den gehst du long und shortgehend tust du einen normalen, nicht rolloptimierten Index. Und dann hat dein ETF quasi die Outperformance, die du durch die Rolloptimierung generierst. Unabhängig davon, was Commodities machen. Also die Rendite entspricht dem Contango-Effekt. Der muss ja nicht Contango sein, du kannst auch Backwardation rolloptimieren. Ah. Also beides, du hast irgendwie einen rolloptimierten Index gegen einen nicht rolloptimierten und du setzt quasi auf die Outperformance der rolloptimierten, weil das langweilig ist, leverst du das noch hoch natürlich. Und da kommt das Risiko auch rein dann natürlich, dass es so ein Blow-Up geben könnte. Also ich glaube, der UBS-Ding ist zweieinhalbfach gelebbert. Den von Lumina, den ich mal angeguckt habe, den richtigen Fonds, der ist irgendwie fünffach gelebbert. Aber sieht echt auf die letzten 15 Jahre super aus. Deswegen, das Ding überlege ich mir gerade. Aber da können wir mal anders überlegen. hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass es regnet. Genau, hoffen wir mal, dass es regnet. Wobei, wobei, nee, warte mal, du möchtest ja, dass die Preise steigen. Nee, nee. Das heißt, weniger Rohstoffe. Du bist unabhängig von Rohstoffbewegung. Du setzt einfach nur drauf, dass die Rolloptimierung besser läuft als die Nicht-Rolloptimierung. Wenn Rohstoffe können fallen und du machst Gewinn, Rohstoffe steigen und du machst Gewinn. Und das ist das, was ich persönlich ganz nett an diesem ETF finde. aber ich muss mal den, wie gesagt, noch ein bisschen genauer angucken, bevor ich zu viel dazu sage, weil vielleicht hat der irgendwie ein riesen Scheißrisiko noch drin, das ich noch nicht sehe. Ja, und ich muss es noch verstehen. In der nächsten Folge zusammen dann. Genau. Ich glaube, wir müssen Schluss machen, Markus. Ich glaube auch, ja. Lang. War schön mit dir. Ich wünsche euch allen noch ein schönes uns letztes. Dir ja auch, du bist ja auch im Urlaub jetzt schon. Ja, genau. Ich bin, ich bin eigentlich jetzt gerade in Helsinki, wo die Folge ausgestrahlt wird und wünsche uns allen ein schönes Urlaubs- und letztes Augustwochenende. Und ich sitze am Bodensee und proste dir mit einem Prosecco nach Helsinki. Wunderbar. Vielleicht gibt es ja wieder Karikaturen. Vielleicht. Stimmt. Genau. Das wäre gut. Also, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.